Hallo, hier ist euer Crazy Schmied und kommen wir zu einem kurzen Informationsvideo. Ich sehe gerade so und Splatoon 2 ist ab heute erhältlich. Tja, ähm, ich möchte euch kurz was sagen, ähm, ja, ähm, der Play wird heute starten. Ja, morgen wird es vielleicht zu Gitter Parts kommen mit dem Bunny. Ich möchte einmal das Online, also das Solo LP starten mit dem Story Modus. Aber ob ihr das alles in einem Parts erfällt, das wird glaube ich nicht fair so sein. Dann, ähm, immer in den Hell Modus, immer in den Story Modus. Ansonsten wird es dann, ähm, ich gebe ja den neuen Modus Salmon 1. Ja, da kann man ein bisschen viel Spielern. Wird ihr vielleicht den Bunny einladen, aber dazu braucht ihr immer die auf Splatoon. Oh, Mann. Ähm, ansonsten werde ich dann, ähm, mit alles da drüber. Und dann kommt der Online Modus. Und es gibt so ein Splatfest im August. Kebsab, oder? Ja. Mann, jo. Aber ihr werdet es ja sowieso noch im ersten Part, dann von Splatoon nochmal reden. Ja, über diesen Splatfest. Aber, er muss das Update laufen. Kann drei Minuten dauern. Also, kann aber ein wenig dauern. Aber ihr wisst nur noch, Beside Splatoon wird kommen. Ähm, nun, ein paar kurze Infos zu Splatoon 1. Da sind wir ja noch im Story Modus, ja, das Offline-Player wird trotzdem weiterlaufen. Ähm, Problem war nur, ähm, ich habe den Online- und den Offline-LP durch Splatoon 1 gleichzeitig gemacht. Das wird ab jetzt nicht so sein. Ich möchte, ähm, bei Splatoon 2 den Story Modus als erstes spielen. Also, durchspielen, ja. Das heißt, dann alle Schriftrollen und so ein weiteres Objekt sammeln. Was er für ein Objekt ist? Weiß ich nicht genau. Und dann wird dann alle Bosse machen. Und nach dem Story Modus wird es dann einen Salmon-One kommen. Also wird es dann ein Together ablaufen. Über den lokalen Modus, ja. Da braucht Bunny das Spiel. Und ich weiß nicht genau, ob man das, äh... Warte mal, kann man das auch offline? Ne, kann man nicht. Das ist auf deinem normalen Stück. Dann kann man das so weit zocken. Bzw. das ist ja zu tun. So tun wir es ja auch bald wieder weitermachen. Auf jeden Fall, ähm, tja, wissen nun Bescheid. Also als erstes kommt das Story Modus. Aber wie gesagt, als einmal das Tutorial spielen. Was so langweilig wird, ja. Aber, tja, man sieht sich bald. Also, tschüss.